Im spanischen Terrassa betreibt Fresenius Medical Care seit 2014 eine moderne Dialyse-Klinik. Helle Räume und Wände mit handgemalten Motiven aus der Region helfen hier dabei, dass sich Patienten wohlfühlen, während sie mit moderner Dialyse-Technik behandelt werden. Die Ärzte im Centro de Dialysis de Terrassa setzen auch eine neue Tablet-Anwendung ein, die Fresenius Medical Care entwickelt hat. Die Doktor-App. Sie unterstützt Ärzte bei der Behandlung von Dialyse-Patienten. Diese App ist sehr intuitiv und leicht zu benutzen. Ich kann jederzeit alle individuellen Werte anzeigen lassen und sie direkt mit den Patienten besprechen. Mit der Doktor-App werden vorhandene Daten mobil. Dr. Ramos muss nicht mehr in ihr Büro oder an einen Computer gehen, um die Werte eines Patienten abzurufen. Mit der Tablet-App hat sie alle notwendigen Parameter jederzeit und überall zur Hand und kann sofort eingreifen. Die Technik macht die Beziehung zu den Patienten persönlicher. Außerdem habe ich dadurch mehr Zeit für meine Patienten. Ich kann viel besser auf ihre Bedürfnisse eingehen und ihre Fragen sofort beantworten. Die Doktor-App verfügt über künstliche Intelligenz. Algorithmen werten große Datenmengen in kürzester Zeit aus, sodass Ärzte selbst in kritischen Situationen schnelle Entscheidungen treffen können. Die App ist fantastisch. Sie unterstützt meine tägliche Arbeit enorm und hat mir mehr Zeit für meine Patienten geschenkt. In Zukunft will Fresenius Medical Care mit seinen digitalen Innovationen einen Mehrwert für alle Patientengruppen mit chronischem Nierenversagen schaffen. Die Doktor-App ist ein Kernelement der digitalen Strategie des Unternehmens. Die Doktor-App ist ein Kernelement der digitalen Strategie des Unternehmens.